Leute, ich bin ganz aufgeregt, ihr habt jetzt gekannt, dass ich ein Taschenfreak bin. Ja, ich habe eine Tasche für die Tasche für die Tasche, sagt der Hansi. Und hier haben wirklich die neuen Copter alle mit Taschen. Das heißt, wenn du die bestellst, kommen die wohl mit Taschen. Das heißt hier, guck mal, die kannst du sogar so schön greifen hier mit der Aussparung für die Hand. Richtig geil. Und die ist für den M5. Das heißt, hier hast du die Props, da hast du den Copter, du hast die Propeller drauf, kannst fliegen. Das ist richtig cool, guck mal, alles schöne, richtig tolle Tasche. Kannst auch hier so tragen oder hier so an dem Griff. Und hier für den Großen, da kommt ein Riesenrucksack. Der ist wirklich das tolle Material. Und hier auch schöne Polster. Ja, guck mal, da haben die endlich mal kapiert Taschen. Taschen sind die Zukunft. Und hier ist der Copter. Einfach rausholen und die Propeller ganz leicht drauf tun, wo immer das hier jetzt hingehört. Und fertig. Zack. Falsche Seite. Jo, also auf jeden Fall, Taschen sind die Zukunft, Leute. Wir müssten mal für alles Taschen haben. Und dann in der Tasche liegen viele Taschen hinter. Und nochmal die Tasche, gell? Also, für den kleinen Kimball. Also, da kann man mich ja glücklich machen. Und nochmal ein kleiner Nachtrag über die Taschen. Taschen, Taschen. Taschen, Taschen, Taschen. Das Steります. Das Ste gehen, wir sehen. Spannendapparaturcha SUSHR. Taschen, Taschen. Die Stadt istOMAN. Dann합니다. ... S string, Schaus b ہے story. Winkslams!